Du schaust aber gut aus heute. Ja, ja. Ja, ja. Wieso? Aha. Ja, geh weiter. Du, 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 warte mal. Du schaust aber gut aus heute. Ja, ja. Ich? Na. Ja, geh weiter. Du, 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 warte mal. Du schaust aber gut aus heute. Ja, geh weiter. Ja, geh weiter. Ja, ja. Wieso? Aha. Liebe Zuschauer, guten Abend und willkommen zu den heutigen Sendungen. Ich kann Ihnen den amerikanischen Spielfilm Twelve Angry Men sehr empfehlen. Mit diesem Schwank von Arnold und Bach möchten wir Sie heute unterhalten. Die Geschehnisse werden in der strengen Form der klassischen fünfaktigen Tragödie erzählt. Der Film ist im Cinemascope-Format gedreht worden. Es ist deshalb möglich, dass auf Ihrem Bildschirm am oberen und am unteren Rand ein schwarzer Streifen sichtbar wird. Entgegen den Angaben in den Programmzeitschriften zeigen wir Ihnen nicht die deutsch-synchronisierte Fassung des Filmes. Liebe Schwierigkeiten haben uns in letzter Minute gezwungen, eine Kinokopie mit deutsch-französischen Untertiteln einzusetzen. Der Film fährt an am 5 über halbe Elf und eine Stunde später die Minister verabschiedet. Der Kuss hat der Regisseurin Kulta, die gefunden hat, die Brille können wir zum Ansagen gut anlassen.